Hallo und willkommen heute wieder zu einem neuen Let's Test. Wir machen heute Ark Continuum. Das ist jetzt schon ein bisschen älter. Ich glaube Anfang des Jahres kann das raus. Und wir schnubbern nochmal rein. Das kostet nämlich nur 10 Euro auf Steam. Hallo. Nee, mach nichts. Das ist eine Frau. Nein. In jedem Survival-Spiel ist eine Frau. Oder wie Falle. Oh, okay. Oh, okay. Schieß doch mal drauf. Gerade hat die die mit einem Schuss getötet. Was ist da los? Das ist nicht mal einer, oder? Okay. Erstmal gibt es einfach eine Schelle, Junge. Eine Schelle! Look at the... Boah, shit. Von hinten? Die Barschen, Alter. Schicht die KI mich halt an. Ist das dein Ernst, Digga? Ist das dein Ernst? Ich treue mich ab. Oh, shit. Ich hab nicht mal Leben verloren bei mir. Was, zur Hölle? Habt ihr das gesehen? Bei mir war einfach so... ...flupp tot. Jetzt bin ich besser als gerade. Hab schon wieder kein Leben. Ich bin... Was, ich bin ganz sicher. Oder... Okay. Dein Ernst! Alles klar! Ja, da weiß ich wohl Püree! Okay. Wir können, wie es aussieht, auch jetzt hier nicht weiter. Also bin ich jetzt gerade echt überfordert. Wie es aussieht, ist nämlich hier Ende. WTF?! Okay, ihr seht hier gerade, ich habe einfach nochmal aus Langerweite weiter gespielt und ähm... ...was zu... ...hört wirklich ab. Ich bin gerade echt überfordert. WTF?! Ne? Das... ...wenn es ein bisschen buggy ist, geht es ja noch, ne? Es ist 10 Euro. Kann man... ...machen, das ist halt ein bisschen fehlerhaft. Das ist ja nicht das Problem. Ähm, wir müssen jetzt aber nur mal gucken, ob wir vielleicht noch was finden. Wenn nicht, dann ähm... ...hört... Ich würde es aber trotzdem erstmal zur Bewertung schieben. Das wäre soweit... ...momentan... ...eine... ...eine... ...7 von 10. Vom Gameplay her, von der Grafik her, vom Sound... ...na, okay, vom Sound her, das haben wir jetzt nicht so viel gehört. Wir können, wie es aussieht, auch jetzt hier nicht weiter. Also bin ich jetzt gerade echt überfordert. So wie es aussieht, ist es nämlich hier Ende. Also...